Meine erste Forschung, die mich zur Wissenschaft gebracht hat, war Forschung über Frauenzeitschriften. Das war in den späten 80er Jahren. Ich wollte gerne wissen, was die Frauenzeitschriften eigentlich anbieten, dass sie es schaffen, Millionen Frauen zu ihren Leserinnen zu machen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Frauenzeitschriften nur so dumpf und trivial sind, wie sie eben oft dargestellt wurden in der Öffentlichkeit und damit so viele Leserinnen erreichen. Und tatsächlich hat sich dann eben auch in meiner Forschung gezeigt, dass Frauenzeitschriften eben die Frauen ins Zentrum stellen und sehr dicht an ihrem Alltag sind und über die Jahrzehnte auch gesellschaftlichen Wandel mitvollziehen, zum Beispiel bestimmte Emanzipationsdebatten in den 70er Jahren auch aufgegriffen haben, Frauenbilder auch modernisiert haben. Insgesamt kann man sagen, dass die Geschlechterforschung, also die Frage, welche geschlechtsspezifischen Medienbilder es gibt, aber auch welche geschlechtsspezifischen Mediennutzungsweisen, so das erste große Feld war, was mich in die Wissenschaft gebracht hat. SCHTERWAR� fashionedmöglichkeit FISCLE